Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Skrrr, skrrr, jabbadabadu, du hast nasch wie ne Kuh. Freundos, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Part von Life is Strange 2. Wir befinden uns hier in Beaver Creek. So heißt diese wunderbare Stadt, wo unsere Großeltern leben. Beziehungsweise die Großeltern von Daniel und Sean, Claire und Steven, die hier wohnen. Und wir haben es tatsächlich nach über einem Monat in der Wildnis geschafft, hier anzukommen. Und das ist unser erster Zwischenstopp. Wie genau es weitergehen wird, ich habe keine Ahnung. Aber erstmal können wir diesen kleinen Moment innehalten. Und den Moment genießen, wo wir so mehr oder weniger in Sicherheit sind. Na, moin. Ich bin endlich wach. Digger, sieht die Butze geil aus. Heilige Makrele. Cool. Ja, hundertprozentig. Ja, vor allem, wenn der Grandpa hier, wenn sein Hobby die Eisenbahn ist. Na, jeder redet gerne über sein Hobby. Das ist so. Naja, ich werde es probieren. Aber ich gucke mich hier erstmal in den privatesten Räumen hier oben um. Guck mal, wie viel Weihnachtsdekoration hier einfach ist. Aber ey. Ich wollte gerade sagen, crazy. Warum ist dieser Raum abgeschlossen? Bedroom. Was? Ah, das ist safe, der Raum von den Eltern. Naja. Ich dachte schon. Vielleicht können wir hier in, äh, fremden Räumen so ein bisschen rumschnüffeln auf süß. So, aber das ist mal Zeit, sich ready zu machen da unten, ne? Der ist so gut. Irgendwie ging's fit. Gala, immer. Wahrscheinlich. Alter, sehr geil. Gut, man muss ja auch draußen irgendwie überleben. Es ist scheiße, alt zu sein. Ja, die Jugend sollte man definitiv genießen, das ist so. Oh, Bro. Willkommen in so einem alten Menschenhaushalt. Ja. Claire's Boot schmeckt so gut. Lass uns noch mal gucken. Boah, das Häuschen erinnert mich gerade so ein bisschen vom Aufbau her, wie das Haus von... Wie war der Name? Nicht Max, sondern... Oh, die Rebellische aus Life is Strange 1. Warum kann ich mir keinen Namen merken? Was ist denn da drin? Nicht Max. Wie hießen die Holdemite? Digga, ist das Mensch ärgert dich nicht? Draw, draw, draw. Geil. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ja, das ist auch so eine Sache, die ich mir aktuell denke. Okay, Toilets, let's go. Krass, wie wenig hier wir im Wohnzimmer finden. Oder wie wenig wir interagieren können. Normalerweise ist alles immer cool. Ja, ja, einen wunderschönen guten Morgen. Okay, wir zahlen zum Frühstücken, nicht wahr? Daniel, Breakfast time. Oh, es gibt Waffeln, Junge, rein da in die Masse. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. Ja, aber der Güterzug, Oma. Brauchst du Hilfe? Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. But thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had a express delivery with the passengers. But the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! Choo-choo! Okay. Waren hier vorne Scheibenkleister? Was passiert? He can fix his trains, but not my kitchen. Did I make enough? Everything's okay? It's great. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Ich vermisse Seattle. Nein, es gefällt mir. Yeah. It's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife and... Oh shit, that's is her. That's is her. That's is her. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Oh. Cool. Das ist echt nice. Und er ist ganz schön auf Trab, muss man sagen. Nein. Nein, Bro. Nichts sagen. Oh Mann. Oh, I thought Stephen was a fast eater. Hey, Grandma. Grandma, I wanted to ask you something. About that locked room upstairs. Nah. I told you, there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? Ja, sie will nicht über das Thema reden. This is bullshit. Daniel, language. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean. And then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful, nobody sees you. Stay in the back, okay? Alright. Maybe you should tell him that it was Karen's room. And maybe you should tell him to watch his mouth. Mmh, kleine Spannung. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Daniel muss es wissen. Warum dann abschließen? Why lock it then? It feels like you're hiding something. There's no secret. We just want to move on with our lives, Sean. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Hat Mama euch kontaktiert? Did Mom ever contact you? She only talked to Dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean. I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway. You have to respect my rules under my roof. Okay? Okay. Natürlich. Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Okay. Tenny old freak. Thank you. So. Mal gucken, werden wir dem Nachbarn wohl begegnen? Der jetzt auch am Ausflippen ist. Jetzt, wo das parallel draußen läuft. Oh man. Claire's Food smells so good. I'm starving. It's cool that Claire does her... little paintings. Jeder braucht ein Hobby. I wonder where this was taken. I don't picture Claire and Steven as world travelers. Where was that picture of you guys on the beach from? We went to Hawaii when Steven retired. Believe it or not. Jeez. I told him about leaving his toys around. That's so cool. I could totally see you surfing. Did you love it? Well, it was too much paradise for me. Ich hab beinahe, ich hab beinahe die Antwort verkackt. Dad said, Puerto Lobos was like a mini paradise. Of course he would. Wohlfahrtsflug, blöd. We'll see. Okay. X-mas Chor 21, 22 und 23. Ja, die Vorweihnachtszeit ist immer eine sehr schöne Zeit. Krass, dass Weihnachten auch schon wieder bald drei Monate vorbei ist. Alter, Freunde, noch neun Monate, dann ist Weihnachten. Let's go. Ririshio, Merry Christmas and a Happy New Year. Flaschenschiff. Mist, ich weiß es nicht. Ah, wo der Schlüssel ist, oder wie? Oh! Sowas hatten wir auch damals. Alter, ich weiß doch, als Kind hatten wir damals auch so ein Flaschenschiff irgendwo. Und ich hab mich immer gefragt früher, wie zum Heiligen kam dieses scheiß Schiff in diese Flasche. Wie funktioniert das? Das weiß ich bis heute nicht. Ja. Ja. Okay. Der Bratan setzt sich da vor. Ist wirklich ein Bratan, ist ja mein Bro. Alright. Kein Problem. Kein Problem. Na klar. Ich bin ja sowas wie ein Profi-Zeichner, kann man so sagen. In gehobenen Kreisen. So, sie zeichnen wir mit. Okay. Got it. Geil. Rein da. Omi kommt auch noch mit drauf. I'm not moving. Hope I looked, Judd. So siehst du immer gut aus, Meister. I've looked enough. Sehr, sehr geile Situation gerade. Okay. Und gleich können wir dann nochmal viel Details. Hope I looked, Judd. Ja, ja, Bro, äh, Junge, er ist gerade wie so eine kaputte, äh, kaputte Dingenskirchen. Ähm, kaputte Kassette, das wollte ich sagen. Doch. Hm. Pretty good. Er ist wirklich so ein kaputter Schallplattenspieler. Okay. Let's go, wir probieren's. Ja, das ist gut. Das ist gut, Diesel. Bro, ich kann das nicht mehr. Okay, ich hab's verstanden. Bitte hör auf zu reden. Ich muss schneller zeichnen. Ich will, dass diese Audiospur endlich ein Ende findet. Okay. Got it. Hope I looked, Judd. Digga, das ist aber jetzt ein komischer Bug hier, muss man mal so sagen. Bam, let's go. Da ist das Ding. Geil. Du siehst hervorragend aus, Maestro. Liebesromane. Frühlingsgefühle. Prinzessin der Leidenschaft. Flucht in die Lust. Ja, hoffentlich. So ein großer Kamin und er wird nicht mal benötigt. Gutes Buch. Was haben wir hier? Stifte. Junge, crazy. Der leidenschaftliche Boss. Ah, guck mal, ein Fernseher. Können wir den einschalten? Boah, damit könnte man echt einiges an Stuff anstellen. Oh, Mann. Kannst du mir vorstellen, einen Slasher hier zu sehen? Deep in the woods. No one around. No way. Two stairs. Junge, was ist mit dem Licht gerade passiert? Oh shit, geh. Ich geh einfach. Wegen den Nachbarn. Das weiß ich, ja, ja. Das weiß ich, ja. Okay. Wie lange verheiratet? Schon ewig. Sehr, sehr schön. Okay. Was hast du von Papa gehalten? What did you think of dad? You can tell me. I won't get mad. Well, your father was... he was his own person. That's it? I mean, I know you guys didn't really get along. It's just... Esteban was very different from us. And he never took a single step to change any of that. Hmm. Klingt nach Papa. Sounds like dad. He wasn't one to smooth things over. Trust me. I know the type. But he did raise you boys on his own. Can't argue with that. Yeah. He worked his ass off for us. Wish I realized that sooner. Don't worry, Sean. Do you know anything about... dad's funeral? There was a service. We couldn't make it in time. But we sent flowers. I'm sorry, Sean. It's okay. I just want to make sure somebody took care of him. Hopefully, you can go visit him at some point. At some point? Yeah. Well, thanks, Claire. You are very welcome. It's always a pleasure to speak with my grandsons. Zwischendrin echt cool. Coole Themen gewesen, aber auch gleichzeitig wieder so sehr sensible Themen. Das lernt ein Life is Strange wirklich richtig gut. I haven't seen any actual fish in there, since we got here. Have you ever seen any actual fish in there? Never. Geil. So, dann besorgen wir mal die Schlüssel für draußen. Und dann können wir auch schon nach draußen gehen. Bisschen spielen, yeah? Übungsbuch. Ach, jetzt können wir auf einmal mit den Sachen interagieren. I don't know when Daniel will be able to go back to his school. Aber das ist halt echt wichtig, dass er irgendwann mal wieder hingeht. Brettspiel. This is fun every once in a while, but... It gets old every other night. Na, das glaube ich. Wir räumen mal ein bisschen auf. Ich meine, wir müssen ja irgendwie Teil des Haushaltes werden. Okay. Ah, guck mal. Das war sogar richtig gut, dass wir das getan haben. Geil. True, ne? Na, wer weiß. Ich persönlich kann da echt nicht so gut zeichnen. So abzeichnen würde ich sagen, geht. Aber ansonsten... Zugmodell. Guck mal, wir haben die Möglichkeit zu spielen, aber ich hab das Gefühl, wenn ich hiermit spiele, mach ich irgendwas kaputt und dann bin ich unten durch. Und das will ich nicht. Kannst deine Füße von der Couch lassen. Ja, okay, hier ist ja nichts Besonderes drin. Wir müssen jetzt, äh, Steven finden. Die Frage ist natürlich, wo schimmelt er rum? Hallo, Steven! Hm. Okay, wir gehen wieder runter. Ah, bingo. Klar, alles was du willst. Opi. Opa. Oh. Sorry. My fault. Your grandma... Imagine, der Schrank klappt auf ihn. I'm a lazy old man. Hey, uh, can you close the door? I wanna talk for a second. Oh. Oh, oh. Jetzt gibt's Deep Talk oder Ernstentalk. Der wird sogar die Wucke ausgemacht. Oh, it's the Powerkabel, of course. Yeah, it happens all the time. Mal gucken, was beredet wird. Was denn ist, was ist aufgefallen? Daniel, okay. Wovon redet er? Äh, Wahrheit sagen, Geheimnis bewahren. Als ob ich ihm von Broder bedenken, ich bin Psycho. Ich, 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 das Geheimnis wird auf jeden Fall bewahrt. Digga, das kannst du niemandem erklären. Ähm, not really. What things? Well, I'm not sure how to put it. Like, some kind of invisible force. The holy gift or something. Ähm, yeah. Daniel likes to pretend he's got superpowers, but that's it. That's it? Okay. But be careful, Sean. He's still so young. Sure. By the way, let's keep this between us. Behalten wir das hier für uns. Ja, ich verstehe. Hätte ich ihm das erzählen können, frage ich mich gerade. Warum nicht? Ja, Real Talk, also, ich bin auch kein Fan davon, jetzt nach Mexiko auszuwandern. Also, irgendeine Lösung muss es geben. Um, thanks. Maybe we could, but... Why not? I know, being out here in the sticks with us old farts isn't exciting, but... This is your home now. It's cool. Kind of different, but... I just don't want you to get into trouble because of us. It's dangerous to be on the road. Dude, do you think your father would have wanted this for his kids? Yes, this is unnecessary. Of course not. But everything's different now. I know. I know. Well, just think about it. But don't torture yourself. I will. Hey, uh... Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. Let's gooo. And be careful with that shed. It's probably a mess inside. Dude, das gehört dazu. Thanks. Thanks. Well, what's funny? You were afraid to come in here since a kid. How do we have a disco ball? Are you throwing parties and stuff? No. This is a souvenir, you know? Thanks. We finally had my grandmother doing a disco ball. Claire told me you guys have been married for like 40 years. So it kind of makes sense. Ey, hundertprozentig, ne? Also generell eine Beziehung, also eine Beziehung ist ja auch dafür da, um zu arbeiten, um dran zu arbeiten, um besser zu werden, damit alles besser klappt in einer Beziehung. Nur wenn man jetzt mit einem Partner, Partnerin zusammen ist, heißt es natürlich nicht, dass man sich jetzt irgendwie zurücklehnt und dementsprechend sagt, so, ja, jetzt sind wir eh zusammen und von daher passt das schon. Ne, man muss auch weiterhin dran arbeiten, ne? Man kann eigentlich sagen, so eine Beziehung ist eigentlich so ein lebenslanges Projekt, also wenn man zumindest einen passenden Partner, Partnerin gefunden hat. Zumindest sollte man mit diesem Mindset rangehen, wie ich persönlich finde. So, was haben wir hier drin? Was? Ah, das ist seine Mom, ne? Ja, ja. Ich kann nicht, was sie getan hat, aber ich, ich glaube, ich verstehe. Gut. Ich weiß nicht. Hm. Ja, ich bin sorry, Jean. Please, don't say anything to Claire about this, okay? Don't worry. I won't. Jo, dazu werde ich definitiv nix sagen. Ja, die haben Angst davor, dass wir ins Internet gehen. Zoo-Katalog. Ja, das ist cool, wenn man so eine eigene Sache hat, so einen eigenen Grind. Ah, da bist du, Sean. Was geht? Hast du den Schlüssel? Hey. Ich muss raus und ein paar Errungen laufen. Kannst du mir einen großen Vorteil machen? Kennst du, wie eine Waschmaschine arbeiten? Seitdem ich etwa acht war. Natürlich. Kannst du deine und deinem Bruder's Klappen, nach dem nächsten Mal? Sie sind im Klappenbaskett. Total. Ja. Kein Problem. Danke so viel. Feel free to keep on tidying your stuff, too. It's good for the health to keep the house clean. Definitely. Daniel. Absolut. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. Yep. I know, I know, boring rules don't worry. Egal, das gehört dazu. Hey, Daniel. There's work for you. Ah, hello. I'm busy. Busy my ass. Come over here. Gotta find me first. Digga, hide and seek. Hide and seek in Life is Strange 2? Freunde, das war doch mal wieder ein wunderbarer Part. Und ich sehe gerade an der Länge des Parts, dass es wieder Zeit wird, diesen wunderbaren Part zu beenden. Wir haben so ein paar Informationen bekommen, ich bin ehrlich, ich bereue gerade so ein bisschen meine Entscheidung gerade mit dem Opi, beziehungsweise mit unserem Opa, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe, ihm das nicht zu sagen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass er irgendwie Verständnis zeigt. Keine Ahnung, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, vielleicht war es die richtige Entscheidung, Daniel zu schützen, alleine Claire, sie hat ja gesagt, yo Claire hat da so ein bisschen so Pipapo, ist da nicht so cool drauf zu sprechen, auf so einem Kram, von daher ist es vielleicht sogar gut nicht, dass er aus Versehen irgendwie ausplaudert. Mal schauen, wie es weitergehen wird, ich bin auf jeden Fall gespannt, von daher Freunde, lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Umlautmann, danke an die Elite-Umlaut-General-Member, Basti, The Dark Empire, Cybix Games, Maria, Klein Dampier, Sven Semann und Florian und natürlich an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind, danke für euren Support, bis zum nächsten Mal, bye bye.